Wo ist denn der mit dem Bart? Was ist denn der mit dem Bart? Was ist denn der mit dem Bart? Was ist denn der mit dem Bart? Paul kackt nicht ab? Was ist denn der mit dem Bart? Warum die beim Knaben war, hat er aber gelernt? Achtung! Das ist doch herrlich, das ist aber der mit dem Bart. Kannst du zumindest sehen? Das fängt eigentlich auch ganz schön an. Aber ich kriege das einbitten, wenn ich so aus der Szene sehe. Guck jetzt mal hoch. Warum hat sich das jetzt so eingemacht? Ist das ein Doppel-Eck oder was machen Sie das? Das war mir auch vor dem Punkt, die ich... Hahahaha 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 Bittetikow Faschus! Bittetikow Ruck, Ruckup! Bittetikow Rekka Rekka Viel zu viel! Wir wollen weniger. Wir wollen weniger jetzt viel Geld. Wirst du nicht nur viel Geld als haben? Nein. Nein, nein. Du sollst gehen. Du sollst gehen.